Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. In diesem Video geht es um HTML-Attribute. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Und zwar das Style-Attribut ist mir das bekannteste Attribut, mit dem du deinem HTML-Tag CSS-Styles verpassen kannst, quasi ein Layout, wo du das Aussehen verändern kannst. Es gibt aber auch eine ganze Reihe weiterer HTML-Attribute. Und ich möchte dir ganz gerne ein paar zeigen, die unter Umständen nicht jeder kennt. Ja, die aber sehr sinnvoll sind zu kennen. Und ja, deswegen das Video. Und bleib unbedingt bis zum Ende dran. Ich habe den Visual Studio Code Editor schon geöffnet, habe mir schon eine HTML-Datei angelegt, eine Index-HTML-Datei. Habe ein Grundgerüst erstellt. Falls du nicht weißt, wie das richtig schnell funktioniert, brauchst du bloß ein Ausrufezeichen schreiben und Tabular-Taste drücken. Schon hast du ein Grundgerüst. Ja, super einfach. Und fangen wir doch am besten mal mit dem ersten Attribut an. Ja, ich schreibe immer mal so einen Kommentar. Und das ist das Accept-Attribut. Was kannst du denn damit machen? Und zwar bei einem Input-Feld, das man so schreibt, Input-Feld, ja, kannst du jetzt hier über dieses Accept festlegen, ja, wenn das Input-Feld vom Typ File ist, ja, das wird ganz gerne verwendet, um bei einem Formular Dateien hochzuladen, kannst du mit Accept einstellen, ja, welche Datentypen willst du denn überhaupt erlauben, ja, zum Beispiel, wenn du nur PNG-Dateien akzeptieren möchtest, dann musst du hier Punkt PNG reinschreiben. Das kannst du auch mit Komma getrennt, kannst du auch mehrere Dateien dir hier quasi hinterlegen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber Vorsicht, das ist keine Validierung, ja. Auch wenn diese PNG-Datei kein wirkliches Bild ist, dann funktioniert das trotzdem. Also das müsste man zum Beispiel dann Backend-seitig nochmal validieren, ob sich diese Datei wirklich um ein Bild handelt, ja. Aber hier kannst du schon mal die Auswahl eingrenzen, ja, dass du hier bei der Auswahl der Datei nur diese Dateiendungen überhaupt erstmal akzeptierst, ja. Und du kannst auch sagen, dass du zum Beispiel nur Audio-Dateien akzeptierst, dann musst du das so schreiben, Audio, Slash und dann Stern, dann akzeptierst du grundsätzlich jedes Audio-Format, also jede Dateiendung von dem Audio-Format. Du kannst zum Beispiel auch das als Video machen, ja, wenn du nur Videos akzeptierst, oder zum Beispiel mit Image nur Bilder, ja. Dann kannst du das so schreiben. Ja, ich schreibe das Ganze mal hier als Absatz rein, weil wir haben noch mehrere, die ich dir vorstellen möchte, dass wenn wir das auf der Seite uns anschauen, dass das hier untereinander quasi angezeigt wird. Ja, ich kann das ja mal testen, ich kann ja mal auf eins draufklicken, hier habe ich meine YouTube-Thumbnails, ja. Und dann wird das hier selektiert, ja. Funktioniert erstmal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier Audio eingebe, dann müsst ihr ja rein theoretisch, wenn ich das jetzt hier auswähle, dann werden meine Bilder gar nicht zur Auswahl angezeigt, ja, in meinem Ordner. Funktioniert also nicht. Ja, super. Ich mache es mal wieder zu Bilder. So. Kommen wir mal zum nächsten HTML-Attribut. Und das hat ebenfalls mit Input-Feldern zu tun, mit diesem Dateien-Hochladen. Und das heißt Multiple, ja. Und da kann ich mir das hier direkt mal kopieren, das ganze Konstrukt. Ja, da muss ich das nicht nochmal schreiben. Und hier kannst du einfach als weiteres Attribut dann ranhängen. Multiple. Das ist ein Attribut, was True oder Force als Boolean-Wert erwartet. Und wenn du das auf True setzen willst, dann brauchst du hier das nicht so hier schreiben und hier True vergeben. Das kannst du gleich als Shortcut quasi hier direkt einfach noch Multiple setzen. Dann wird das aktiviert. Und was macht das? Damit kannst du mehrere Dateien auswählen, ja. Du erweiterst damit quasi dein Input-Feld dahingehend, dass du dann mehrere Dateien auswählen kannst, hochladen kannst. Ja, hier passt es schon diese Schaltfläche automatisch an. Das heißt nicht mal Datei auswählen, sondern Dateien auswählen. Das ist schon mal gut. Und dann kannst du hier dann gleich mehrere Dateien selektieren, ja. Und zehn Dateien hochladen oder mehr. Ja, funktioniert. Einmal frei. Und was kannst du denn noch alles machen? Ich mache immer einen neuen Absatz rein und einen neuen Kommentar. Nicht so, sondern so. Und da gibt es das Attribut Contenteditable. Ja. Und dieses Contenteditable, das bewirkt, dass du, wenn du das auf einem HTML Tag anwendest, dass dieser editierbar ist auf der Seite. Ja. Und du kannst dir zum Beispiel hier ein Div Element machen. Und du kannst zum Beispiel reinschreiben, heute ist mal wieder Pizza-Tag. Ja. Und wenn du diesem Div Element jetzt dieses Attribut vergibst, ja, und zum Beispiel auf True setzt, ist wieder so ein Attribut, was True oder False erwartet. Standardmäßig ist hier False gesetzt. Wenn du es auf True setzt oder einfach hier das weglässt, ja, wie bei Multiple, dann wird das auf True gesetzt. Und ja, wenn ich das jetzt speichere und mir auf die Seite anschaue, dann kannst du den Cursor hier reinsetzen, ja. Und dann kannst du hier drinnen rumschreiben. Zum Beispiel, warum meckert der hier bei Pizza-Tag? Ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel heute ist mal wieder ein schöner Tag. Du kannst das editieren, kannst das verändern, ja. Super Sache. Und was kannst du denn noch machen? Was gibt es denn noch so für Attribute? Ja, zum Beispiel Spellcheck, ja. Und bei diesem Spellcheck kannst du die Rechtschreibprüfung aktivieren, ja. Wenn du wieder so ein Element hier hast, wie hier oben. Ich kopiere es mir mal. Und dann dieses Spellcheck setzt, ja, als weiteres Attribut. Ja, das kannst du auch so auf True setzen. Dann prüft er die Rechtschreibung von dem, was du da reinschreibst, ja. Schauen wir uns das mal an, ja. Dann kannst du zum Beispiel hier, hast du dann die Rechtschreibprüfung aktiviert. Wenn du zum Beispiel heute mit D schreibst, ja, dann meckert der hier sofort rum. Ja, dann macht der dann Vorschläge. Ja, ich meinte hier heute. Und das ist es im Prinzip, ja. Und was kannst du noch machen? Da gibt es zum Beispiel das Attribut, machen wir einen neuen Kommentar, Translate, ja. Ich mach mal wieder einen Absatz und schreib mir mal zum Beispiel Hello World rein, ja. Und wenn du nicht möchtest, dann das zum Beispiel diese automatische Übersetzung, zum Beispiel im Chrome Browser, ja. Das macht dann Google Translate. Der übersetzt dir manchmal automatisch die Webseiten. Wenn du englische Webseiten besuchst, tut er das dann automatisch auf Deutsch übersetzen oder schlägt dir das vor. Wenn du das nicht möchtest, kannst du das zum Beispiel das Translate auf No setzen, dieses No, ja. Dann tust du das für diesen Bereich deaktivieren. Ist auch mitunter ganz hilfreich, ja. Dann tue dir das nicht vorschlagen, sondern tue das so lassen, wie es ist, ja, in der Sprache, ja. So, was gibt es denn noch? Dann gibt es zum Beispiel, ähm, ich mach mal einen neuen Kommentar. Download. Download? Was kannst du denn mit Download machen? Und zwar, wenn du zum Beispiel einen Anchor-Tag hast, ja. Und ich nehme mal hier diese Index-HTML, die ich habe, ja. Und als Link-Tag steht zum Beispiel, lad mich. Lad mich. Und wenn du das hier als Download dieses Attribut setzt, kannst du gleich sagen, dass wenn du auf diesen Link klickst, dass diese Datei nicht geöffnet werden soll, sondern heruntergeladen werden soll. Und hier, wenn du bei dem Download noch einen Namen vergibst, zum Beispiel Startseite, dann setzt der diesen Namen als Dateinamen direkt mit, ja. Und wenn ich dann jetzt hier klicke, tut sich die Startseite herunterladen, ja. Hier unten links siehst du startseite.html. Hast du mir die Datei heruntergeladen? Super. Anstelle diese zu eröffnen, ja. Funktioniert einwandfrei. Und dann möchte ich dir noch gerne vorstellen, das Attribut, ähm, Poster. Was kannst du denn mit Poster machen? Ja. Was kannst du denn mit Poster machen? Zum Beispiel, wenn du ein Video hast, ja. Ich nehme mal hier so einen Video-Tag, ja. Und setze mal die Controls, ja. Ist auch ein Attribut. Kannst du die Controls setzen bei diesem Video-Tag, dass du zum Beispiel diese Schaltflächen hast, Pause, Play und so weiter, ja. Und ich brauche natürlich ein Video. Ich habe hier, äh, was rumliegen, ja. Das kopiere ich nochmal hier rein. In meinem Ordner, HTML Text als Bild, das will ich als Poster verwenden. Und diese, äh, diese Movie-Datei, ja. Und da kann ich jetzt hier drauf verlinken. HTML Text Movie, ja. Das ist meine, meine Videodatei. Und wenn ich jetzt hier, äh, die Eigenschaft Poster setze, ja. Kann ich jetzt hier dieses Bild angeben. Und das bewirkt, dass anstelle des Videos erstmal das Bild angezeigt wird. Solange das Video zum Beispiel noch lädt. Also vom Server zu deinem, zu dein Browser, ja. Wenn es noch, äh, runtergeladen wird. Oder wenn es noch inaktiv ist, ja. Bevor du dann auf Play drückst, wird dann dieses Poster angezeigt. Weil standardmäßig wird immer der erste Frame angezeigt von dem Video. Das ist immer mitunter ganz unschön, ja. Hiermit kannst du für dieses Video, äh, quasi dieses Thumbnail setzen, ja. Und ich mache hier mal noch ein Style-Attribut mit rein. Weil sonst wird das Video ziemlich gigantisch, ja, auf der Seite. Ich grenze es mal ein bisschen ein auf 300 Pixel, ja. Und wenn ich mir das dann hier mal anschaue, dann haben wir hier das Video. Und hier ist das Bild gesetzt. Und, ja, wenn du dann auf Play drückst, geht das Bild dann weg und das Video erscheint, ja. Super. Funktioniert einmal frei. Okay. Das soll es gewesen sein. Hiermit wollte ich dir einfach mal ein paar neue, hoffentlich HTML-Attribute zeigen, die recht nützlich sind, die du mit in einem von deinen nächsten Projekten mit anwenden kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ansonsten empfehle ich dir wie immer das nächste Video. Bis gleich. Ja. Ja. Ja.